so herzlich willkommen und hallo dass mein heutiger gast heute bei mir ist er ist gründer von selbstbewusstsein stärken.net ein digitaler unternehmer ein lebenskünstler ein macher ein großer inspirator und ist durch seine ganz eigene geschichte dazu gekommen sich selbst und dem leben auf den grund zu gehen und was dabei herausgekommen ist das erzählt er uns heute selbst herzlich willkommen moritz schön dass du dabei bist von wo aus bist du uns heute zugeschaltet ich bin vom verregneten berlin aus zugeschaltet ja hier im hannover ist es auch nicht besonders viel sonniger heute ja ja schön wenn ich so im netz durch deine artikel und dann youtube kanal stöbere dann entnehme ich dass du heute ein leben lebst dass du dir vor einigen jahren selbst noch gewünscht hast das war ja nicht immer so was hat dich damals dazu gebracht etwas zu ändern wie lange ist das her erzähl doch mal von deinem weg also wie mein leben heute aussieht ist folgendermaßen ich kann arbeiten wann ich will wo ich will wie ich will ich kann um die welt reisen als ich war letztes jahr ein halbes jahr unterwegs das jahr davor auch vier monate dieses jahr war jetzt auch schon wieder in thailand und in amerika anderthalb oder sieben wochen insgesamt und ich lebe ziemlich freies leben kann machen was ich will weil ich eben mein eigenes business habe und arbeite in meinem business oder meine arbeit das business besteht darin an mir selber zu arbeiten und die sagen die ich dabei lerne anderen leuten weiterzugeben und das war damals mein großer wunsch also ich habe ich wusste ewig lang nicht was ich machen wollte im leben ich wusste nie was ich machen wollte ich wusste immer nur was ich nicht machen wollte was ich nicht machen wollte ist andere leute arbeiten irgendwo morgens hin wackeln und in der arbeit nachgehen die gar keinen wirklichen sinn für mich macht das wusste ich das will ich nie machen und was ich machen wollte dann nach langer langer seelsuche war an mir selber zu arbeiten mich selber weiterzuentwickeln und das was ich dabei lerne all die tipps und tools und techniken die mir dabei helfen wollte ich anderen leuten weitergeben und das habe ich dann gemacht habe diese webseite gestartet selbstbewusstsein stärken am anfang eigentlich eher so als hobbyprojekt für mich selber wenn ich meinen eigenen fortschritt festhalten wollte weil ich festhalten wollte was mir gut tut was gut für mich funktioniert im alltag für mein selbstbewusstsein für meine innere ruhe für meine innere stärke und habe dann ja die webseite gestartet 2010 ist es schon her also anfang 2010 acht jahre und ja habe dann zwei jahre bis einfach so als hobbyprojekt betrieben bis dann sehr viele leute auf meiner seite waren die das ganz toll fanden was ich da gemacht habe und dann habe ich angefangen da mein erstes ebook zu schreiben das produkt zu verkaufen und seitdem kann ich auch davon leben und das ist das was ich heute mache also eines der projekte die heute machen mittlerweile mehrere projekte aber das immer noch mein mein herzensprojekt eigentlich ja sehr schön was ist denn für dich die größte erkenntnis aus der zeit der suche die größte erkenntnis ist dass du deinem herz folgen solltest also kannst deinen eine stimme die da in dir drin ist du kannst sie nicht kleiner machen du kannst du kannst sie unterdrücken du kannst sie auch kleiner machen aber sie wird immer da sein die wird nie 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 weggehen und das ist eine ziemlich krasse erkenntnis weil ich persönlich sehe viele leute die ich echt viele große wünsche haben da draußen ja die aber nicht umsetzen und ich glaube das wird dir irgendwann mal ziemlich krass an arsch preisen ja wenn diese stimme die wisse nicht wegkriegen und die wird immer da sein immer mal wieder anklopfen und sagen hey pass mal auf eigentlich solltest du doch das oder wolltest du doch das und was machen was ist da los und ja dass man seinem herzen eigentlich folgen sollte es gibt nichts zu verlieren ja also gerade wir leben in deutschland oder in der schweiz oder österreich aber wir haben so ein geiles leben wir sind so krass abgesichert es kann einfach gar nicht schief gehen ja also selbst wenn du irgendwie sage ich jetzt mal alles verliert finanziell mäßig du kannst ja so einfach wieder neu starten neu anfangen du machst so hast einen neuen job ja macht geht einem traum nach öffne ein restaurant öffne deine yogaschule gehen ja welt auf die weltreise mach einfach das wonach dir dein herz steht wenn du lebst nur einmal ja zuletzt müssen diese liebe leben war einmal also das ist total wahnsinnig diese stimme zu unterdrücken und irgendwas zu machen worauf ich 100 prozent lust ist das ist der killer machen ja genau immer mehr menschen möchten sich ja nicht nur oberflächlich sondern wirklich erfüllt und aus der tiefe heraus verwirklichen und wirklich eben ihrer stimme ihrer inneren stimme folgen was redest du ihnen für die ersten schritte also die der erste schritt ist du musst natürlich so ein bisschen klar werden was du eigentlich willst und wohin du willst so eine grobe richtung zumindest solltest du haben bevor du loslegst ich persönlich ich habe bis ich 28 jahre aber gar keinen plan gehabt was ich machen will und dann kam es so schritt für schritt dadurch dass ich viel so in mich reingeschaut habe viel aufgeschrieben habe vor allem auch was will ich was will ich nicht wie war ich als kind wie sehen mich andere leute wie sehe ich mich selber was würde ich 10 millionen auf dem konto hätte was würde ich in fünf jahren noch tun wollen was ich auf gar keinen fall also wie so eine riesenpalette an fragen eigentlich gearbeitet und nicht nur einmal sondern mehrmals weil sich die sachen oft auch schnell verändern hat am anfang und dann einfach loslegen einfach ersten schritt festlegen und dann einfach in die merken ob das eine richtige richtung ist oder nicht so die richtige richtung also bei mir war das überhaupt nicht so okay ich weiß ich will dahin und tag so zum ziel sondern über das eher so links rechts angestoßen schritt zurück zwei stelle nach vorne und so im zick zum ziel im prinzip und aber hauptsache ist man kommt in aktion ja also zumindest für mich ist es so aber ich nehme auch an dass für die meisten anderen leute so ist du kannst dich nicht dahin denken wo du hin willst du musst die dinge ausprobieren am anfang dachte ich einfach nur ich will irgendwie hat frei sein mein eigenes ding machen ja und bin dann irgendwie so los gestartet habe so verschiedene business aufzubauen und habe dann aber eben dadurch dass ich ausprobiert habe verschiedene andere businessformen ausprobiert und dann wieder schnell sein gelassen weil die für mich nicht funktioniert haben und so muss man halt durch aktion rausfinden was zu einem passt und was nicht so zu einem passt ich kenne auch viele leute die zerreden ihren traum eigentlich schon vorher bevor sie anfangen ja sie haben traum ja das kaffee will ich eröffnen aber im gleichen satz wie sie sagen ich würde gerne kaffee öffnen sagen sie aber das so kompliziert da braucht man leute dann brauchst du irgendwie eine küche musste kaufen das kostet geld dann bräuchten raum er weiß sie kommen sie gleich mit den 10.000 problemen die es gibt ja gut wenn du anfängst und bist ja gleich zu reden dass dem ersten satz wird schwierig also leg einfach mal los leg die ersten schritte fest gibt gas und dann wirst du schon rausfinden ob es für dich das richtige ist ob es für dich passt also definitiv mut gefordert gut ist also klar das was ich jetzt hier besprechen das erfordert sehr sehr viel mut und darum würde ich auch sagen das ist der grund warum es die meisten leute nicht machen ja weil es ist sehr sehr herausfordernd du musst deine komfortzone verlassen du musst deinen gewohnten weg verlassen du musst die möglichkeit eingehenden fehler zu machen vielleicht sogar dumm dazustehen vor anderen leuten ja die idee groß zu präsentieren und dann fällt auf die schnauze zu fallen das musst du alles riskieren ja das ist alles auf der negativen strichliste auf der anderen seite steht erhalten leben was du gewählt hast und was sich deutlich abhebt vom leben was der durchschnitt in anführungszeichen lebt ja ich war gestern abend in der bar und es mir alles liebe menschen und nette menschen ja aber die sind halt freitag und samstagabend da kann man halt rausgehen und montag bis freitag arbeitet man dann wieder und dieses leben was man sich selber bearbeiten kann dadurch dass man seinen eigenen traum verwirklicht ich denke das hebt sich so massiv ab von dem leben was man was die normalen menschen zu leben dass es also für mich gibt es ja gar keine frage was wertvoll oder welcher weg welchen weg man gehen sollte ja das ist aus meiner heutigen perspektive ist das normale leben tatsächlich gar nicht mehr wert so gelebt zu werden in der form für mich es gibt natürlich viele menschen die sagen montag bis freitag arbeiten gehen zwei tage die woche frei haben irgendeinen job machen der mir so ein bisschen spaß macht auch nicht wirklich spaß macht der mir sicherheit gibt es okay für mich wird es auch niemand zerreden oder so ich sage nur wenn du da irgendwie einen traum drin hast in deinem herz und es auch spürst dann gehen nach geht ihm absolut nach du hast nichts zu verlieren und das leben was da auf dich wartet ist einfach hast du jetzt noch gar nicht absehen wie geil das eigentlich ist kannst du dir vorstellen aber das ist so maximal genial also ich kann es mir jedem empfehlen wie wichtig ist in deiner meinung nach disziplin für veränderung oder sollte ich eher sagen will stärke absolut wichtig disziplin ist absolut wichtig ja und ich habe auch für mich persönlich herausgefunden dass der äußere erfolg den du hast im leben das ist eigentlich nur eine reflektion der inneren arbeit die du an die vorher geleistet hast also an jemandem äußern erfolgreich wird dann ist es deshalb so weil er sehr stark innerlich an sich gearbeitet hat herausgefunden hat wie er funktioniert was er braucht damit er gut funktioniert disziplin gelernt hat für sich selber zu entwickeln und dann an der sache kontinuier zu arbeiten weil fakt ist einfach der du wirst nicht von heute auf morgen erfolgreich du wirst deinen traum nicht von heute auf morgen leben das dauert zeit bei mir hat das fünf sechs jahren gedauert dieses anfingen zu funktionieren und diese durchstrecke musst du erst mal überbrücken können eben durch disziplin und willensstärke und disziplin ist ein wichtiges wort was viele zwar negativ belegen aber denke was einfach so wichtig ist ja das ist und es ist kein kinderspiel ja das ist kein witz das ist kein ich mache dann mal und dann schaue ich mal nee also entweder du willst du willst du bist so krass dass du alles andere verstehen lässt oder du bleibst zu hause hocken und lässt es sein ja also die krasse krasse lebensentscheidung der fels ist nichts so was du mal nebenbei machst und was natürlich den prozess riesig unterstützen kann ist wenn du eine mission hast oder eine vision und so ein herzenswunsch hast weil ich so krass trägt dass du nur noch wenig disziplin in anführungszeichen auch dass du einfach morgens aufstehst dieses bild von einem traum so stark ist und so stark in den zellen ist dass du dass er dich automatisch antreibt die dinge zu tun die es zu tun gibt das heißt dann hat natürlich schon mal einen riesen fetten bonus das ist wie wenn du bei mario kart hinten so ein düsenantrieb dran hast und der anderen haben wir mich und der automatische mann ist und du gar nicht viel dafür tun was das natürlich der optimalfall das heißt aber egal was man für einen traum im herzen trägt ist es eigentlich unverzichtbar dass man auch sich selbst richtig gut kennenlernt und sich selbst auf den grund geht meinst du also so sehe ich das alle leute die ich so kennen die erfolgreich sind die haben die beschäftigen sich seit jahren mit persönlichkeitsentwicklung in meinem bereich die gehen ständig auf seminare bilden sich weiter machen haben selber coaches neben coachings weil also gerade wenn es um den business aspekt geht wenn du ein business aufbauen willst du musst da viele blockaden auch innerlich lösen die der normale durchschnittsmensch und durch die konditionierung der gesellschaft so hat ja geld ist schlecht eine viel geld haben haben sie es irgendwie erstohlen das war so eine konditionierung von mir kann ich überhaupt geld verlangen für meine produkte wer bin ich dass ich geld verlange bei mir ist es ja so selbstbewusstsein stärken zu meiner seite kommen auch viele leute drauf denen geht es nicht so gut sage ich mal ja die angespannt gestresst ex partner ist weggelaufen ja am anfang war das dann so okay die leute den geht es eh schon nicht gut und jetzt komme ich mit meiner meinen produkten und knöpfe denen geld ab dabei wenn ich den ja wirklich helfen holen würde durch den die informationen einfach so geben ja und nicht gratis da hinstellen und den irgendwie den weg aufzeigen der enthält lauter so sachen können einen wahnsinnig blockieren und da muss man einfach stark an sich selber arbeiten und diese dinge los loslassen zu können oder auch im freundeskreis sich hinstellen zu können zu sagen ja hey ich habe eine webseite zum thema selbstbewusstsein ich helfe anderen leuten selbstbewusstsein zu werden verdient damit mein geld das musst du erst mal schaffen so einfach ist es nicht also für mich da gibt es viele sachen an denen man arbeiten kann und muss und umso mehr du an dir innerlich arbeitest umso freier du innerlich bist umso erfolgreicher bist du meistens im äußeren also man kann es tatsächlich so ein bisschen ablesen die leute die sehr erfolgreich sind die haben auch echt viel viele blockaden zumindest gelöst in sich um so erfolgreich sein zu können ja was bedeutet denn voll du seid für dich weil ich sein bedeutet für mich das zu sagen was ich denke auf mich zu achten vor allem auch zu sehen wenn es mir vielleicht nicht so gut geht es zu kommunizieren kommunizieren zu können und authentisch zu sein dass man sich nicht verstellt vor anderen leuten wenn man irgendwie die harmonie im raum haben will oder sowas da bin ich zum beispiel das ist eine sache da bin ich noch am arbeiten ja ich habe gute freunde mir wichtig sind jetzt wie gehst du dahin und sagst so gut dass du jetzt da warst aber jetzt reicht es immer nach hause weil ich will jetzt schlafen oder mir ist es zu viel oder ich will jetzt ein buch lesen selbst das ja sind für mich nach jahren der arbeit immer noch sachen wo ich sagen muss okay das ist nicht ganz so einfach so als ein einfaches beispiel aber es gibt situationen okay mich hat jemand aufgeregt oder so und dann den mal ein telefonhörer zu holen und zu sagen dass man auf das ist gut und es dann auszudiskutieren bei männern da darf oder will man ja eher nicht so schwach sein oder irgendwie angefressen sein von irgendwas aber immer stark ja das sind auch sagen aber weil du sein heißt nämlich authentisch seien eigentlich jeden moment authentisch möglich zu sein und meinst du dass man hundertprozentig bei sich selbst ankommen kann ich denke schon ja ich denke schon also der weg dahin so wie ich den seh der ist da ist das mit viel arbeit verbunden aber das ist definitiv möglich also ich denke auch und ich habe das gefühl dass ich leute kenne die wieder sehr gut drin sind sehr gut sich selber zu sein ja denke es ist möglich eine große aufgabe auf jeden fall ja also lebensaufgabe im endeffekt und ich denke aber zum beispiel voll du zu sein voll ich zu sein voll authentisch zu sein in jedem moment das zu tun worauf ich lust habe und mich authentisch zu geben ich meine wenn es irgendein lebensziel gibt dann muss es ja das sein im prinzip ja das ist eigentlich der größte eines der größten geschenke die du da selber machen kannst im leben daran zu arbeiten voll du zu sein das ding ist ja sein das ist das hier was du mit dir um trägst die ganze zeit immer egal ob jemand da ist egal ob du alleine bist oder auf dem berg stehst oder gerade schwimmst im ozean alles das hier ist immer bei dir 24 7 wenn du schaffst hier nicht gut zu fühlen eben dadurch dass diese blockaden los wirst du selber bist das ist ein lebendes wahnsinn ja und ich merke es ja auch an mir selber dass es mich immer mehr dahin zieht in diese authentizität rein und dass ich immer mehr auch bereit bin beziehungen zu besagen wie sagt man auf deutsch zu opfern ja aber weißt du es gibt leute die passen zu dir die passen nicht zu dir und das musste ich auch feststellen manche beziehungen wenn der andere das halt nicht hinkriegt auf also so dass es dir dabei gut geht dann ist es halt passt halt einfach nicht dass nicht dieselbe wellenlänge und dann ist es auch okay und aber sowas gehen zu lassen nach einer tiefen freundschaft auch das ist sehr schwer ja aber das ist der richtige weg meiner meinung nach und ja also die diese opfer auf zu bringen nicht so einfach aber das ist der weg kannst du ein kraftvolles tool nennen was dir geholfen hat auf deinem weg was dich immer wieder mit dir selbst und einer aufgabe verbindet hast du da so ein trick den du täglich anwendest und dich so auf der spur zu halten sozusagen also ich denke so dieses innehalten ist für mich ein ganz wichtiger punkt weil also ich bin jemand ich bin unglaublich schnell hier oben im kopf ich habe 10.000 ideen und ich bin super schnell darin mich an computer zu setzen und loszulegen und irgendwas zu machen und dann aber das große ganze so ein bisschen aus dem auge zu verlieren weil ich so enthusiastisch bin bei dem was ich mache und dieses im prinzip so schritt zurück zu gehen mental wie auch physisch wie es jetzt gemacht habe mit ihren loszulassen die augen zu schließen zu legen wieder probiere ich hin bewusst und aktiv aktiv zu visualisieren meine ziele mir gedanken vorzustellen das sind so tools die mir sehr helfen um ich immer wieder so wie so ein panel zu zentrieren weißt du dass ich richtig schwinge so ich bin schon auch aus aus dem tritt geraten dadurch dass es super enthusiastisch war wieder irgendwo reingesprungen nach drei monaten festgestellt aber was habe ich gemacht oder eingesprungen ohne irgendwie zu überlegen was ich eigentlich machen wollte aber wo ich hin will und es hat auch was gutes wenn man so ein bisschen so impulsiv ist wenn man viel energie erzeugen kann in kurzer zeit aber man kann auch als händel sehr schnell aus dem takt rauskommen und aus dem schritt kommen so ein bisschen so ja also innerhalb durch meditation jeden tag muss gar nicht lang sein fünf minuten reichen schon bewusstes visualisieren deiner ziele einfach spaziergang machen sport machen da kommst du auch wieder den körper aus dem kopf mehr so connected zu deinem center das kann ich auf jeden fall jedem empfehlen ja wunderbar das heißt also dieser ich sage mal immer wieder ausgerichtet ausrichtende und gesunde lebensstil ist eigentlich unverzichtbar auf dem weg zu sich selbst und zusammen zu der verwirklichung seiner seiner träume für mich war das so ich kenne aber also witzigerweise auch leute wo ich das gefühl habe zumindest nach außen hin wegen wieso ich weiß nicht wie deren innenleben ist dass die das kaum bis gar nicht brauchen weil die so so fokussiert sind auf ihr ziel dass wirklich alles andere ausblenden und dann nur auf diesen einen weg sehen bei mir ist es nicht so ich sehe 15 wege auf einmal durch den wald und ich finde auch alle 15 wege ziemlich interessant und spannend und wird ja ich am liebsten alle gleichzeitig laufen also ich bin auch so eine skipper persönlichkeit nennt man das ich weiß nicht ob das sagt und barbara scherr glaube ich die hat diesen begriff zum ersten mal genannt ist eine persönlichkeit eben viele sachen gut vielleicht ein opa geil ich finde heavy metal geil ich gehe gerne ins theater ich habe elektrotechnik studiert ich gehe zum schauspielkurs ich mache mein eigenes business reise gern ich bin rohkostler weißt du ja so 10.000 millionen sachen die ich irgendwie geil finde und es gibt andere leute die sagen halt okay ich finde autos gut und sind fußball gut und das war's so was natürlich dein leben sehr viel einfacher und du musst nicht so viel entscheidungen treffen den ganzen tag aber ich denke auch diese leute irgendwo muss man sich immer wieder balancieren als wenn es bei denen der fokus ist der stimmt dann gibt es schon andere sachen vielleicht in beziehungen wird es für die ein bisschen schwieriger da dieses gleichgewicht sein also dieses gleichgewicht halten zu können und die tools dafür die braucht jeder mehr oder weniger wie ich sagen da kann jeder brauchen sozusagen hast du einen besonderen plan für die nächsten monate hast du ein besonderes projekt an dem du gerade arbeitest irgendwas schönes was ansteht ja ich habe ziemlich viele projekte und ich habe mehrere assistenten jetzt vollzeit auch teilweise die die mir helfen und meine zwei oder drei projekte sind einmal der digitale unternehmer so ein online projekt wo ich anderen leuten ein bisschen zeigen wie sie auch von online business aufbauen können wie sie in der suchmaschine ganz nach oben kommen wie sie die sachen aber richtig angehen damit sie da nicht so wie ich fünf jahre verballern mit ausprobieren dann habe ich ein projekt zum thema frauen ansprechen und beziehungen für männer speziell sei noch nicht ganz gestartet und da muss mir noch ganz genau überlegen wie man das richtig positioniert so dass es richtig rüberkommt damit es nicht falsch verstanden wird und dann schauspiel ist so ein anderer pfeiler ich würde gern wo ich nehme gerade gesangsunterricht und macht viel so sachen für ein schauspielkarriere also es gibt so viel zu tun ich weiß gar nicht wohin laufen und viele coole sache aber es steht viel an ja großartig also der beginn eines neuen tages an dem man wieder viel in diese richtung ja unendlich man kann unendlich viel tun aber das ist halt das geile an diesem selbstgewählten leben wie es jetzt mal nennen will dass du halt morgens aufstehst und einfach bock auf die sachen hast du machst ja ich habe hier mein flip chart das stehen um die 80 to do's drauf aber ich habe auf alles bock warum weil ich das alles jeder punkt der da steht habe ich selber gewählt jedes ziel was dahinter steht ist ein sicher gewähltes ziel was nicht motiviert wo ich bock drauf habe und das hat der unterschied zwischen aufstehen ich muss arbeiten neben jemand anders und geld verdienen als miete zahlen kann und aufstehen ich will arbeiten ja wenn ich selber gewählt haben und welchen sind dahinter sie das ist so eine wahnsinnig unterschiedliche energie die du auch an tag legt und ich meine auch dass du auf diesem fad einfach sehr viel glücklicher wirst wenn du das selber wählst selber genau weiß warum du etwas machst und dahinter stehst und wenn du dann natürlich noch die früchte ernten kannst von wegen du kannst aufstehen wann du willst du kannst arbeiten wann und wie du willst genau in deinem rhythmus also ist einfach das komplett anderes leben das kann man so gar nicht jetzt beschreiben eigentlich ein sehr schönes leben auf jeden fall ja also für mich und aber zum beispiel auch für mich wenn du vorher meint ist was ist dafür nötig für mich war das wirklich so eine tod oder leben entscheidung ja es gibt ja so eine so eine entscheidung ja so ich weiß nicht hier im vegetarisch mittagessen oder die klößchensuppe ja das sind so entscheidung erzelt ändert es ein leben nicht so wahnsinnig und dann ist verschiedene stufen und dann gibt es am ende diese tod oder leben entscheidung ja also sind entscheidungen wo es echt um alles geht und für mich war diese entscheidung für dieses eigene leben bis es war gefühlt eine tod oder leben entscheidung also das entweder ich kriege das hin so zu leben wie ich heute lebe oder mit 80 werde ich das noch versuchen er hatte der wunsch und der drang danach war so stark dieses leben verwirklichen dass es keine andere option gab im prinzip und ich denke auch bei allen anderen leuten die ich sehe um mich um die erfolgreich sind bei den meisten war das auch auf dieser tod oder lebensskala ziemlich weit oben ziemlich weit bei diesem tod oder leben strich ja sage ich mal und da muss ich auch gebe vielleicht selber ein bisschen so ehrlich mit sich sein ja wie wichtig ist mir das oder bin ich halt auch zufrieden wenn ich normal zum job renne und normal durchs leben ja und ich denke das ist schon das muss sich jeder klar machen jeder wissen wo er da steht und wenn du aber sagst okay das ist mir wirklich sehr wichtig dann kannst du den weg auf jeden fall probieren du kannst du auch so probieren auf jeden fall aber es werden natürlich auch hindernisse kommen es wird nicht von anfang an klappen wahrscheinlich und dann wird es sehr schnell wieder in die alte struktur zurückfallen wo es alles sicher ist und safe und bekannt und je nachdem wie groß die motivation dann ist es halt eher durchziehen oder weniger ja was möchtest du den zuschauern an dieser stelle noch mit auf den weg geben von deiner seite ich würde dir zuschauer lieber zuschauer mitgeben dass wenn du zuschaust wenn du dich irgendwie angesprochen fühlst nicht so sehr gedanklich sondern eher so vom herz wenn da irgendwann mal ist weil als ich was erzählt habe oder so ein vielleicht so ein gefühl kam von wegen war krass der hat irgendwie recht oder so auf einer intuitiven ebene hat da was resoniert dann würde ich dir mitgeben folge deinem herzen folge deiner intuition ich hatte das noch nie in meinem leben dass mich meine intuition fehlgeleitet hätte wann immer ich und selbst das gefühl selbst wenn es so mini klein war und ich dem gefolgt bin ich habe das nie bereut hinterher und leg einfach los leg die ersten schritte fest überlegt wo du hin willst leg die ersten schritte fest holt ihr einen coach oder vielleicht auch einfach leute um dich rum die auf einem ähnlichen weg auf einem ähnlichen weg unterwegs sind also dass ihr euch gegenseitig supporten könnt und leg einfach los denn du hast nichts zu verlieren ja steve jobs hat es so schön gesagt damals du bist schon nackt auf dieser welt ja jeder sieht dich schon nackt im endeffekt du hast gar nichts zu verlieren und der tod kommt früher als jeder denkt dass die zeit des lebens ist eh kürzer als du es jetzt oder die geht schneller vorbei als du es jetzt wenn du noch jung bist vielleicht einschätzen kannst darum leg einfach los mit deinem traum fang an und gerade hier in deutschland weißt du kannst halt einfach gar nichts verlieren finanziell alles verlierst was eigentlich der worst case ist ja dann hast du eltern oder freunde und bekannte du kannst immer irgendwo pennen du hast immer ein dach mit dem kopf du hast immer was zu essen kannst immer wieder neu starten diese irrationale angst von wegen ich muss dann unter der brücke leben und geächtet oder was ich der kopf da immer fiese sachen ein einfallen lässt die sie nicht war also leg einfach los folge deinem herzen ist die beste entscheidung wie ich jemals in meinem leben getroffen habe und ich bin mir sicher auch du wirst es nicht bereuen wenn du den weg gehst wundervoll vielen 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 dank für deine zeit und für deinen für deine wundervollen einsichten danke für die einladung freue mich sehr und ja wünsche noch einen ganz ganz schönen tag super danke dir tschüss 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 Vielen Dank.